Oh man, dein Ernst ist wirklich sie. Wir haben uns verstecktes Mörder gefunden. Ja, sehr interessant. Kein Kassi, aber... Willst du ihnen erzählen, oder soll ich es machen? Ich weiß nicht, was du sprachst. Jesse, geh auf. Ist das Cassie? Geh auf, Cassie, erzähl ihnen. Sag uns was, Cass? Es klingt, wie Jesse versucht, dich zu denken, dass ich das weiße Pumpkin. Das ist unmöglich. Kein Weg. Kein Weg. Ja, Jesse. Ich habe Angst, dass du besser als das machen musst. Schau auf die Fakten. Wir haben Lukas mit dem Pumpkin-Head, gleich nachdem der poor Lizzy ausgetauscht wurde. Ich denke, dass du nur liebst, um ihn zu schützen. Cassie macht jetzt viel Sinn. Hast du keine Beweise, um dich zu retten? Genug Beweise. Was ist das? Geh auf, Jesse. Du hast das. Wo ist das? Geh auf, Jesse. Geh auf, Jesse. Cassie hat uns in der Küche erkannt. Cassie sagte, dass sie uns erkannt hat, sogar bevor wir die Porträte gesehen haben. Uh, eigentlich, das war Lizzy. Oh, shoot. Ich glaube, dass ich das nicht vergessen habe. Well, no matter. Ich habe noch nicht zu den wirklich glücklichen Sachen. Das kam dann weiter. Stimmt. Da war kein Porträt von Cassie. Bring es nach Hause, okay? Aber es war das letzte Stück von Beweise, liebe Freunde, der mir wirklich geholfen hat, wer wir hier mitbekommen waren. Katzen. Bezahne Kalikow-Katzen. Und sie sehen alle nur wie Winslow. Eine lustige Geschichte, Jesse. Aber wenn du all diese supposeden Katzen, nur wie meine, dann welche Farbe ist Winslow? Es sollte kein Problem sein, wenn du ein hundert... Haha. Schwarz-Weiß-Orange, nein. Erst hauptsächlich braun-orange, hauptsächlich schwarz-mitten ein bisschen grau. Schwarz-braun-orange. Er ist braun-orange-weiß. Easy. Wrong. Sorry, Jesse, aber... Es hat einfach nicht geholfen. Hä? Ich glaube, das bedeutet, der wahrscheinlichste Kandidat ist noch Lukas. Kein Weg. Kein Weg. Ich werde hier nicht ohne ihn verlassen. So, wenn du das einfach mal machen willst, oder den einfachen Weg, oder den Weg, wo ich euch alle von euch schenke? Leute, Leute! Come on! There are better ways to resolve this. Bitte glaub mir einfach. Please, I know I didn't convince you about Cassie, but you have to believe me that Lucas is innocent. No, 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 no! Please! We don't have to do this! We don't have to do this! I have the enchanted flinten still! You had it? You?! I've been stuck in this stupid world with its stupid two moons for years! Trapped! With a portal right under my nose! But no key to open it! Wait! Jesse! Jesse was right! You were all so wrapped in your stupid drama! Schnappt Cassie! And someone grabbed Cassie! Ah! Ha! I'll fight all of you! Each and every one of you! No, 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 no! Oh! Another trap! We need to dig her out! After everyone she's hurt, she can dig herself out! She did terrible things, but no one deserves this! be trapped away from home like that! If only she had just asked us for help! We could have avoided this whole thing! Oh, Mann. Was für eine Detektivarbeit. Übel. Krass. Ist sie wirklich tot? Hm. Komisch, komisch. Was hat eigentlich die Falle ausgelöst? Das ist die andere Frage. Tut mir leid. Ah, da hinten. Der Kopf da. Was für ein Zufall. Wuhu. Goodbye. Ein Prank. Es ist ein Prank. Es ist ein Prank. Ja, komm. Es ist Stampi. Du wirst, du wirst nie versuchen, zu töten. Wir können ihn alle teilen. Leute, du kannst es share. Du kannst, wie, dein eigenes Stoen. Ja, okay. Ich glaube, ich kann mit dem leben. Ja, das ist eine wunderbare Idee. Welch, ich bin nicht großartig, also, ich bin eigentlich einfach nur nach Hause zu gehen. Danke für alles. Ja, ich bin auch. Geh' safe, ihr Leute. Bye. Bye. Krass. Okay. Dann haben wir das Abenteuer auch verstanden. was talking about being trapped here from another world. What if she was one of the old builders? Portal keys, other worlds. It all adds up, I guess. It all adds up, I guess. No. Man, that's too bad if it's true. Seeing as she turned out to be, you know, the white pumpkin and all. Yes. Hadn't thought about that. I just can't believe that we finally met someone who might be an old builder and she's a pumpkin wearing serial killer. Ha, 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 ha. Serienkiller. Ja, gehen wir eigentlich nach Hause wieder? Dürfen wir nach Hause? Portal verwenden. Zack. Äh? Das klappt nicht? Das ist weirrt. Winslow? Das ist... Ich dachte... Oh nein, oder? Winslow ist der Killer. Wtf? Wuss? Wo sind wir? Wtf? Ominous? Do you hear that? Oh, scheiße. And there it is, Jesse! You're trapped. Is doch nicht tot, wusst ich's doch. Just like I've been in this rotten world. Ich wusste, dass du nicht tot warst. I knew you were dead, Cassie. I knew it was way too easy. And yet you still walked right into my best and final trap. I don't know how much time you've spent with Endermites, but the poor things are eternally hungry. I would throw the Flint and Steel up here, before I drop you down to find out how sharp their teeth are. Ah, guys, I dropped the Flint and Steel when we fell. I have no idea where it went. Ah, tick-tock, tick-tock, Jesse! What's it gonna be? The Flint and Steel? Or your lives? Just give me the Flint and Steel and I'll let you go free. I don't believe her. Just because I hate this place doesn't mean it's so bad. Okay, you're right, you win. We'll give you the Flint and Steel, but let us out first. No, I'm not falling for that one. Nope, this is taking too long. I'll just let the Endermites eat you and fish it out of your inventory. It'll be the best fishing trip ever. Winslow, my pet, activate the trap. When something done right, you have to prepare for your death. Noin! What? Come on, Winslow. Oh, fuck. Wir müssen hier rauskommen. Oh, it's no use. Oh, scheiße. Hold on, guys. Wir haben noch Enderperlen. Stimmt. Enderperlen. Zack. Oh, that is disorienting. Oh, wir müssen hochkommen. Oh, komm. Oben. So, schnell. Hebel. Um. Komm. Zack. Oh, fuck. Paranoid. Boobie traps. So, paranoid. Paranoid. Eindeutig. What? You thought you could do it just like that? Trying to get leverage? Nein. Give me my key, Jesse. Nein. Lass mich. In Ruhe. Stirb einfach, du mit deinen Enderperlen. No, no, no. Hey, Jesse. Guys, holy crap, you're all alive. Thank goodness. Yeah, for now. Don't worry, I found a lever. Throw it down. Okay, get ready. Oh, die wird's dich abfangen, oder? Check ich euch. Got it. Na. Okay, you guys get the safety. I need to find that flint and steel. So, hinterher. Na? Ach, komm. Lass stecken. Nicht mit mir. Na, du magst kämpfen, hä? Na. Aha. Du mit deinen Enderperlen. Zack. Nein, 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 nein. Verdammt. Shit. Zack. Auf den Kopf. Baba. Zack. Nicht mit mir. Ich bin mir. Mein Käse, ich will mich nicht. Nein. Keine Chance. Nein, 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 nein. Winslow, hau ab. Winslow. Nein. Lass stecken. Nein. Oh. Oh. Winslow. Good boy. Sleep kitty. Bring that to master. Komm her, mitz, mitz, mitz. Here kitty kitty. Here kitty kitty. Lass. Lass. Nein. Ach du scheiße. Nein, 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 nein. Ah, verdammt. Kacke. Ach, scheiße. We have to go. What have I told you about wandering off? I think you should give that back, Cassie. No, I'm afraid not. Oh. Opa. Opa. Ach, kacke. Och, Mann. Was wollt ihr alle von mir? Ich muss auch. Lass uns kämpfen kommen. Du kriegst mich nicht los. Niemals. Ach du scheiße. Ah. Well, Winslow, that's the last of the obstacles. We're finally going home. Da ist das Tor. Und nun? Winslow, Winslow, come on. Du hast dich nicht verabschiedet. Hey, Cassie. Ah, what? Aren't you going to say goodbye? Seems pretty rude to leave someone in a death trap without even saying goodbye. I don't know what you're playing yet, but I'm bored with it. Tja. Ah, ha, 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 ha. Tja. Fecht gehabt, würde ich mal sagen, hä? Ha. I got it. Excellent. I did it. You're all dying now. No, thank you. Zack. Meins. Shit happens, hä? Na, nicht mit mir, Cassie. Tschüss. Mahlzeit. Sie lebt immer noch. Verdammt. Wow, Jessie. Ich bete, du bist wirklich stolz von dir selbst. Schau an mich. Stuck wieder. Aus der Enderpearls. Und da ist sie, wo sie uns gewinnen wollte. Trapped. In meiner eigenen Trappe. Das bekommst du, was du verdienst. Natürlich. Du hast, was du verdienst, Cassie. Du bist rechtfertig und selbstständig und dreckig und das ist, wo es dich kriegt. Tja. Doch. Doch. Weggehen. Nein. Niemals. Schlechte Meisterin. Pech gehabt. So kackendreißig. Auf ein neues. Und? Verwenden. Und es klappt. Gott sei Dank. Ja. Keine Trickflöße oder Aros oder was. Okay. Dann lass uns nach Hause kommen. Wir sind ein Team, wir gehen alle zusammen. Ready? One, two, three. Und durch. Adventure. Aha. Was für ein Battle, hey. Unglaublich. Krass, krass, krass. Was für ein Battle. Nächstes bei Minecraft Story Mode. Alright, what's going on, dudes? It's me, Captain Sparkles. Next time on Minecraft Story Mode. After defeating the dreaded White Pumpkin, will Jesse and the others find their way back to the Portal Hallway? And will it lead them home? Or instead, are they destined for more perilous adventures? Well, I guess I'll never know because I got pounded into the ground by a ton of sand. I guess you saw that, right? I'm in the middle of an amazing speech and boom! I've suddenly become part of the floor. I mean, dude, you saw that, right? How much worse can it get? First they choose not to invite me on their adventure. And the next thing I know, I'm part of the floor. Anyway, one thing is for certain. Even without me, this is going to be an amazing adventure. Oh, yeah. Weitere Abenteuer stehen mir vor. Oh, krass, 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 krass. Okay. Okay, bis jetzt haben wir immer die Mehrheit. Ja. Okay, bis jetzt immer die Mehrheit. Ah, da nicht. Überzeugen war ich total schlecht. Hahaha. Okay, dreimal die Mehrheit, zweimal nicht. Ja, okay. Die anderen waren ja voll lieb. Die waren voll lieb. Krass, krass, krass. Die waren voll lieb. Ja, kann man aber machen. Gut, jetzt laufen wahrscheinlich noch die Kratos runter. Dann war's das mit dem Kapitel Episode 6, Portal to Mystery. Ja, meine lieben Freunde, dann war's das schon mal mit Kapitel 6. Äh, ja, die Kapitel sind ja nicht so lang. Die spielt man ja am Eindruck durch. Und war eigentlich mal was anderes wie die anderen. Das war ein bisschen so Detektivarbeit und so. Rätselraten, wer es sein könnte. Jeder hat jeden verdächtigt. Jeder hat dem die Fährte gelegt, dass der es war. Und ja, am Ende war's doch die Katzenliebhaberin Cassie. Ja, so Sachen gibt's natürlich. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War mal was anderes. War richtig gut. Bin mal gespannt, was die nächsten Abteurer sind. Die werden wir natürlich auch spielen. Ich hoffe, ihr werdet auch dabei sein. Und habt auch genauso viel Spaß und Rätselraten wie ich. Mich würde mal gerne interessieren, wenn, äh, wer es noch nicht gespielt hat und das jetzt angeguckt, äh, was ihr gedacht habt, wer es sein, oder wer es hätte sein können am Anfang, wenn ihr verdächtigt hattet. Am Anfang hätte ich echt gedacht, äh, Lizzie. Okay, aber dann war mal wieder Stampy mal kurz, aber dann war ich nie so der Fall. Tja, Sachen gibt's, Sachen gibt's. Gut, meine lieben Freunde. Dann würde ich aber sagen, das war's auch so mit dem Kapitel. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns im nächsten Kapitel, wenn ich hier wieder mit einem Ruck durchspiele. Ihr werdet es quasi geschnitten sehen. Wird ihr ja gesehen haben. Besser gesagt, so wird die nächste Kapitel auch sein. Und ja, dann, äh, gebt einen Daumen, gebt einen Kommentar und wir sehen uns im nächsten Kapitel. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. Bis dahin. Bis dahin, ciao. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.